Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Ich bin am 8.1. um 16 Uhr im ORF2 bei der Barbara-Karlig-Show geladen zum Thema Esoterik trifft Wissenschaft. Und ob die Wissenschaft die Esoterik trifft oder die Esoterik die Wissenschaft oder ob sie sich vielleicht in der Mitte treffen und wie dieses ganze Gespräch oder dieser ganze Talk bei Barbara-Karlig verläuft, das schallt einfach mal am 8.1. um 16 Uhr ORF2 ein oder wenn du da nicht kannst, weil du nicht daheim sitzt, wie wahrscheinlich die meisten um diese Uhrzeit, dann gerne in der ORF-Mediathek gibt es dann diese Sendung noch eine Woche lang anzuschauen. Ich werde dann auch noch einmal darauf hinweisen und mir das selber mal anschauen, also ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall 8.1. Talk um 4, Barbara-Karlig, Esoterik trifft Wissenschaft und meiner einer ist mit auf der Experten- oder auf der Talk-Bank. Bin gespannt, wie es wird, also vielleicht schaust du ja mal rein. Bis demnächst, dein Oliver Ereni. Tschüss.